Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge TTT. Hallo. Hallo. Hier auf unserer Lieblingsmap, wo wir ja schon kratieren. Hat ja gar nicht so klar aus. Oh, ich will nicht die erste Runde schon wieder nur die Schnauze halten müssen. Du bist ja eingesperrt, Hadi. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt hier. One-on-one-Situation, Alter. Aber Peter, guck wenigstens kurz vorher drauf, ob wir beide gegenseitig Traitor sind. Ja, okay. Wenigstens ne kleine Sekunde drüber nachdenken. Ja, ist okay. Aber dann bist du schon tot, Hadi. Die beiden denn? Zwei, eins. Hey Jay, wir wollten nochmal gucken, wie wir den Traitor-Tester in Gang bringen. Okay. Okay, ich bin innocent. Keine Ahnung, wie das geht. Alter. Ich bin auch innocent. Aber muss ich dich jetzt töten, weil du Traitor bist? Dann lügen wir einfach beide. Wir können natürlich auch beide lügen. Alter, wo kommst du denn hier? Willst du mich eigentlich verarschen? Wo kommst du? Können wir eigentlich nicht verarschen? Hau ab. Oh yeah, cool. Kann ich dich da runterschubsen? Ja, kannst du ja nicht. Wenn ich mich anschieß. Na, was soll ich da mal machen? Ja, mach doch. Was ist das denn hier eigentlich? Die Kitzel sich auch nicht verstanden. Kann man hier Redstone eigentlich reinmachen in diesen einen Block? Alter, willst du mich eigentlich verarschen, Sepp? Kannst dich mal verpiesen? Die Redstone reinmachen, du kannst dich da runternehmen. Ist dir runtergefallen. Keine Ahnung, hier gibt es so einen Block, wo der Redstone-Fackel drüber ist. Moment, wo ist der Christian? Das ist der Traitor-Tester. Ja, das ist der Traitor-Tester? Ja, das ist der Traitor-Tester. Wenn du da was... Hallo. Hast du die Fackel gefunden? Hallo. Nee, ich hab die noch in der Limous-Tool-Fackel gefunden. Alter. Die ballert hier so rum, das find ich gar nicht so. Ich mach die Scheiben kaputt. Fuck, der weg. Fuck, yo. Kill it! Ich weiß, der hat noch keiner gesehen, die blöde Mongo-Pflanze, ne? Äh, Lampe. Ja. Hat der jetzt? Doch, ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die. Leute? Lampe. Mongo-Pflanpe. Oder Mongo-Lanze. So, ich hab sie. Jetzt gehen wir mal gucken, was der Traitor-Tester sagt. So, Leute. Wehe, wehe mich tötet jetzt der eine. Der hat die wirklich. Peter, mach mal... JAY! What the fuck? Es war einfach zu schön. Der lebt auch noch. Der ist, also, der ist irgendwie über dir, Hadi. Wo ist der? Der ist ganz oben gewesen. Ja, Alter. Das war... Ja, wer ist der andere, wa? Entweder Sepp oder Christian. Nein, Sepp ist schon tot. Gut, dann ist Christian. Ist er auf dich geschossen worden? Ja. Nein, ich hab doch auf den geschossen auf Jay mit. Das kann ich ja nicht aus meiner Position heraus nicht sagen. Ja, das stimmt. Aber gehen wir mal davon aus, du hast recht. Das ist echt Korps von Jay. Was denn? Nix, also, alles ist super, Christian. Alles ist perfekt. Christian, ihr seid, der schießt auf mich. Komm mal an, wo der ist. Gut. Yeah, schön. Boah, das ist geil, Hadi, oder? Ja, fick dich einfach. Mitten im Satz hat er aufzureden und keiner merkt es. Ja, echt. Ah, stimmt, da oben. Nee, nee, nee. Ich laufe noch an Hadi von vorbei, der liegt direkt hinter uns. Weißt du, hinter dem Haupteingang? Vielleicht hier oben. Hier. Wer hätte man sehen können? Ja, da. Lol. Hadi, das Gespräch hat leider eine Richtung eingenommen, die ich nicht ganz so gut fand. Ja, ja. Heilala. 14 Punkte. Kam, mach nachher. Mann, ich hatte schön den Traitor-Tester hier. Mann. Das war halt einfach zu schlimm. Weh, mich tötet jetzt einer. Boom. Ja, Peter, mich nicht beschützt hier. Das war einfach die Versuchung zu groß. Sei froh, dass Peter überhaupt aufgepasst hat, sonst wäre ich ja noch ungeschoren davongekommen. Geh weg. Ja, richtig. Wo ist denn die Mongo-Lampe? Das sag ich dir nicht. Ach, bin ich Traitor. Immer noch keine vernünftigen Frage. Genial, eigentlich. Vielleicht Jay hat sie gefunden. Jay, falsche Richtung. Jay, was hast du damit vor? Okay, ich packe sie jetzt. Fick dich. Lol. Alter, Peter. Peter, Peter, Peter. Ich habe Angst. Keine Ahnung. Peter, Peter. Hadi, 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 Hadi. Peter, Hadi, 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 Hadi. Lol, Hadi war's. Hab die Lampe. Hadi war's. Hadi is it. Peter, nimm mal eine Waffe in die Hand. Okay. Dann ist Peter der andere. Hä? Oder Chris. Je nachdem, wer von der Verlebt. Ich bin nicht. Ich stehe so weit weg. Hadi hat auf mich geschossen. Ja, dann Hadi ist er, wissen wir schon. Geil. Also ist Chris jetzt weg. Jay ist weg. Bleiben Sepp, Hadi und Pete. Quatsch, bleiben Sepp. Ja, toll, okay. Alles klar. Alles klar. Ihr könnt ruhig mit mir reden jetzt, ja? Oder würdet ihr eine Folge des Schweigens machen? Ich verstecke mich. Ich hab mich nicht versteckt. Nee, ich verstecke mich. So. Deswegen wollte ich auch nichts sagen. Moment. Chris ist tot. Jay ist tot. Hadi ist tot. Sepp ist, ja, ihr beide müsstet sein. Sepp und Pete. Ist das logisch. Ah, nee. Jay lebt noch. Hupsala. Da lacht er sich nur drüber. Schrott. Nee, das war Sepp. Aber Jay hat sich gerade gemütet, indem er wieder anfangen musste zu lachen. Okay. Ja, well ever, wa? Alle Zeit der Welt. Das sind 3 Minuten 30, die noch sind. So circa 5 Minuten. Da wird eine langweilige Folge für euch, Jungs. Wollen wir mal gucken. La 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 la. La 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 la. Ich glaub, die finden mich gar nicht. Finde ich auch geil, dass der Hebe hier nichts mehr sagt. Und eine Tür nach der andern. Boah, alter hast du den schnell weggemacht, Pitta, ey. Warum bist du davon nicht selber gestorben? In your face war das. Ich hab noch 59 Leben. Sepp ist der andere, aber das Hadid ist, das wissen wir bereits. Ja, sowieso. Ja, dann Hadid ist das, das wüsste ich, ja. Boah, Hadid, ey, ohne Scheiß, wenn du das nochmal so machst, mach ich dich. Was hast du denn gemacht? Ja, die ganze Zeit ist er hinter mir hergelaufen. Ich hab gesagt, Hadid, 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 geh weg. Und dann hat er mich halt abgeschossen. Ja, und dann hat er mich noch gemacht, weil meine Waffe leer war und ich schlecht geschossen habe. Ich glaub, er hat Zweiteres. Ich hab UND gesagt, Jay. Ich hab gesagt, und ich sagte, ich glaub, er hat Zweiteres. Bei dir? Nee. Ich hatte keine Chance. War One-Hit. Ist halt Bongo, ne? Ich will das nicht lieber für dich haben, Will. Gar nicht. Hallo. Oh nein. Oh nein, Christian bei mir! Hallo, Pitta. Hallo. Wolltest du den einsperren, Christian? Hadid! Das machen wir nicht nochmal, du Penner. Ich könnte Traitor sein, wenn du innocent bist, du Vollidiot. Dann schieß ich halt zurück. Dann schieß ich halt zurück. Alter. Geh dir jetzt nochmal ein bisschen auf den Sack. Weiter ist Chris! Chris hat geschossen! Oh scheiße, ich hab Tra... Alter, was zum Teufel geht dir gerade ab? Wer ist der Traitor jetzt? Chris. Ich hab Chris gekillt! Moment, das kann nicht sein. Wer ist denn jetzt noch Traitor? Aua! Du musst doch mal sterben, Alter. Boah, Peter, ey. Boah, Peter, ey. Alle sterben um mich rum, ey! Ohne Spaß, Peter. Da sterben drei Leute nebeneinander. Hadi tanzt um Leute rum, ja? Sorry, da muss ich anfangen zu schießen. Und dann noch Disco-Lights rein. Boah, Mann, und dann kommt Jay durch die Tür, wo da gerade geschossen wird. Ja, dann hab ich den leider mitgemacht. Ja, weißt du, wenn er halt gerandom killt wirst von Sepp, der verdient da weiter. Wenn du den im Traitor stehst, den ich tötest. Du hast mich gerandomt. Auf jeden Fall. Du hast den Bram gemacht. Mann, dann kommt der scheiß Beam und dann seh ich Christian nicht mehr. Wird das denn den Bram machen besser sein? Ne, random killen. Das ist kein random killen, wenn man Verdacht hat. Oder einfach nur jemanden wegmachen will. Ne, stimmt. Alles klar. Dann ist es nicht random. Sondern denk ich mir, wenn ich jetzt Jay wegmachen will, ist es halt nicht random. Sondern denk ich mir so, ich will jetzt mal Jay wegmachen. Das stimmt allerdings, weil das ist wirklich nicht random. Sondern hast du schon einen Grund. Ob der Grund geil ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Das ist eine vollkommen andere Frage, ja. Ich verstehe absolut, was du meinst. Oh, Hadi. Ich glaub ich mal Bock, Bram wegzumachen. Okay. Alter! Du warst innocent. Mit der Ansage. Sorry. Du stehst neben mir. Mit der Ansage. Ja. Das war kein random. Ne, random war das nicht. Das stimmt. Das war nicht random. Ne. Das war nicht random. Der hat die Ansage gemacht. Nein, der hat von Anfang an die Folge nur dafür... Er macht die... Er nervt die ganze Zeit nur. Lol. Er hat den weg gemacht. Sepp hat den weg gemacht. Ja und du machst wahrscheinlich grad Sepp weg. Mit der Traitor. Sepp ist down. Ich hab Sepp gekillt. Oh nice. Good job. Warte mal, bist du der letzte der noch lebt? Ah! Oh. Boah, das war knapp ey. Pff. Ja, komm. Ein bisschen spielen mit Taylor macht da auch Spaß. Wie die sich dann angucken. Schön spielen. Ah, sorry Hardy. Die Ansage. Das war aber echt. Ich glaub ich mach das. Wir haben ihn jetzt einfach mal weg. Du müsstest mich doch mittlerweile so gut kennen in dem Spiel. Durch die letzte Runde hat Peter jetzt doppelt so viel Punkte wie er jetzt. Das hast du. Das war geil. In den tausend Runden müsstest du das schon machen. Ja und immer dann, wenn ich mir dann denke so, okay dieses Mal ist dein Leben. Dann bist das. Ich dachte halt, Bram hätte das ausgenutzt, dass der Traitor ist und Hardy wieder ankommt. Absolut. Ich hätte ihn auch gekillt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich. Ja, lief gut. Weil der nämlich gerade noch sagte, ey ich bin Erster und ich dachte nicht, dass du dann einfach hingehst und dir dann ein Leben. Ja, richtig. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaub, ich glaub, ich glaube er hat's nur nicht gewusst, dass er Erster war. Klar hat sie davor extra gesagt. Da hab ich davor gesagt, du Lutscher, Alter. Ja, du Lutscher, ey. Boah, ja, ist doch ein Lutscher. Lutscher, ey. Ich glaub ich mach jetzt erstmal Bram, ey. Mega aggressiv die ganze Zeit. Ist ja nicht so, als wenn wir ein Computerspiel spielen. Ich mach jetzt erstmal Bram, ey. Ist halt emotionsgeladen. Bram hat keine Waffen an und steht rum. Ja. Der kauft, der kauft. Der kauft. Lass mich hier durch. Die hat eine Bombe geworfen. Ah, geht doch. Jetzt hab ich endlich meine Waffe. Ja, Hardy hat Bram gemacht. Ich hab doch gesagt, ich mach jetzt einfach mal Bram weg. Was? Bist du mich verarscht? Der war innocent, der war innocent. Ja, warum denn nicht? Voll geil. Der war innocent. Sorry. Also, das ist bestimmt Hardy jetzt. Ich glaub Hardy ist es. Das weiß einfach mal meine Rache. Ich glaub Hardy ist es. Ich glaub Hardy ist es. Da bin ich nur auf die Kommentare gespannt. Hoffentlich bin ich Traitor. Da ist der nächste umgefallen. Jawohl. Alter, hier liegen nur Leichen. Ja, dann identifizier die mal bitte. Hab ich. Sepp war dabei. Was ist denn hier? War das mit Hardy? Ich muss Hardy, Hardy, Hardy. Piep. Ah, fickt euch doch alle. Hardy und Peter. Wo ist denn jetzt der letzte von den Monkis? Über uns. Okay. Ohohohoho. Wie lange dauert das? Bis die Disco da noch hoch geht, ne? Der da hoch geht, ey. Scheiße. Ah, war ne gute Runde. Boah, Alter. Die Hardy, Piep. Fickt euch doch alle schon längst tot. Scheißegal. Kein Bock mehr. So richtig geil. Mega frustriert. Ja, das ist einfach nur noch ein Counter-Strike. Ja, am Arsch. Wir sind Traitor. Wir haben euch alle blass gemacht. Ja, ne. Ihr schon. Ja. Ja, ihr schon. Aber ne, doch nicht. Die Runde war völlig in Ordnung. Ja. Die davor, die hat es halt ein bisschen verzerrt. Vor allem war die auch gut genutzt. Ich mach jetzt einfach Bram weg. Ja. 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 Echt mal. Ne, ne. Das ist mein Schuss. Bleib du mal hier. Bram ist jetzt richtig ruhig. Ali, ich würd mich ja verstecken. Warte, ich war Traitor. Ne, ja, nein, aber... Ja. Stimmt. Im Gegensatz zu Bram war Ali sogar Traitor. Er ist Bram mega geil. Er war auch kein Random Kill vor allem bei dir. Oh, shit. Ja, weil du einen niederen Beweggrund hattest. Der niedere Beweggrund war, dass du neben mir stehst und mir sagst, ich mach dich sofort weg. Oh ne, kommt Leute. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter. Ich bin leider nicht Traitor. Ich glaub ich mach einfach mal Pela weg. Was hier? Nee, 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 nee. Sollen wir nicht mal hier den Traitor-Tester testen? Ja, lass den echt mal testen. Ja, das hat letztes Mal schon so... Wir haben den noch nie benutzt. Peter ist Traitor. Peter ist Traitor. Wieso das denn? Weil du den unbedingt benutzen willst, sonst er wegknallen willst. Nein, ich will den wirklich benutzen. Ey, wurde da nicht gerade einer weggemacht? Wurde da nicht einer gerade weggemacht? Also, Pela ist hier da und Hadi seh ich auch. Ist hier nicht normalerweise die Fackel gewesen? Ne, die Fackel ist halt irgendwo hier in dem Haus. Das ist hier mit dem Goldblock. In dem Haus hier. Alter, wer schießt denn hier? Ich? Meint ihr so eine rote Fackel? Ich war da gerade. Ja, das sah so aus, als hättest du auf. Ja, Christian, komm, 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 komm. Ja, ich lass die hier mal unter dem Steg runterfallen. Nee, geh noch mal runter. Ich hab mir übrigens grad ein bisschen die Beile angeknackst, weil ich runtergefrisse. Wer hat die Fackel? Ich will da nicht hin, das gibt totales Rungeballer. Christian, Christian. Ich nehm die, ich nehm die, ich nehm die, ich nehm die unter dem Steg. Außen am Haus. In dem Sand. Ja, stimmt, da liegt sie. Alles klar, ich nehm die, kein Problem. Da hab ich die runterfallen. Ich will die auch mal sehen. Ich will die auch mal sehen. Du kannst da hinten einen Traitor-Tester. Und hieraus kann man das nämlich auch ganz gut sehen. Und ich kann auf keinen schießen. Ich glaub, Peter, ich komm auch mal. Ja, und schon ist Smoke da drin. Ja, warte. So, da sind wir drin. Äh, Door, Open, Close. Da ist einer Disguised! Da ist einer Disguised! Da ist einer Disguised hinter dem, auf der, auf der Treppe! Wie war's denn? Ich bin nicht Disguised! Ich seh deinen Namen nicht! Ich bin aber nicht Disguised! Hier, Tür auf! Willst du reingehen? Loll, da hat jemand, jemand ist gestorben! Adi war's! Adi is it! Adi, Adi, Adi ist sofort tot! Adi, ey, alter, stirb! Ich verstehe den Traitor ist er nicht! Adi ist tot, Adi ist tot, Adi ist tot. Adi ist Traitor. So, jetzt will ich den, Leute, der tötet mich! Christian, bist du der andere? Nein, ich bin nicht der andere. Ich verstehe den Traitor-Tester nicht. Sepp! Oder, oder ist Peter das? Ich glaube... Nein, pass auf, pass auf, pass auf! Was hier ist? Sepp, lebst du noch? Du hast gerade mitgekillt, ne? Ich hab, ich hab gerade Adi gekillt. Dann ist es Peter oder Sepp. Dann ist es Peter oder Sepp. Aber ich bin's nicht. Ja, ist klar, Peter. Und schon kommt er rausgelaufen. Und hat ein Mail, Leute! Scheiße! Peter ist das amortiert. Ja, ich hab dich gekillt. Hast du's amortiert, ne? Ja, klar. Du kleiner, miese Arsch. Und ich denk so, boah, geil! Und jetzt kommt da so'n Typ. Und dann kommt da so'n Animation. Und dann... Tod! Super! Aber zumindest haben wir den Traitor-Tester hier auf der Karte nach tausend Folgen mal... Du musst am Ende jeder Folge Tapp drücken, Sepp. Das ist ganz wichtig, ja? Ja. Ähm... Wer ist denn hier besser? Peter ist besser! Wollen wir das mal hier... Deswegen... Ja. Ich hab's heute euch gefallen. In der nächsten Runde spielen wir was für ne Karte? Ja, hat's gefallen. Ich geb'n Daumen hoch. Ja. Genau. Christian, gib'n Daumen hoch. Auf jeden Fall. Also... Tschüs! Tschüs! Tschüs!